Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Asko, ich bin der Atatag, den ihr hier gerade sehen könnt. Früher war ich Packt der SM, geile Sau. Andere Videos für meinen Channel. Gibt mich an, like mich, die komische Stimme da ist waved. Ich sterbe die ganze Zeit in BT mit meinem Lone Atatag. Hier ist mein geiles Gear. Ich trage einen Barbata-Ather-Schlüssel mit einem Mana-Stein drin. Und ich zeige euch jetzt, warum die mich alle die ganze Zeit auslachen. Und zwar stelle ich mich vor diesen Mob, waffe mich durch, lade diese Faust auf, hau den um. Und dann bin ich schon wieder fast tot, was ist das für eine Scheiße? Ich wollte gerade, das ist voll traurig. Hätte ich erst mal Leben gesehen, das ging gar nicht. Ja, ich hab's gesehen. Ja, so macht man Solo-BT.